Wir sind hier beim ING Marathon. Wir sind hier Sponsor mit Leo und wir haben hier eine Menge Aktionen, die Leo Light Village ist. Dafür sind wir hier und wir haben alles hier aufgerichtet. In unserer Abteilung sind wir zu zwei Leute, die den ganzen Zeit lang haben. Wir sind ungefähr zwei, drei Wochen dabei. Da kommen wir auf den Platz, wir gucken uns mal alles hin. Da fängt man mit dem Zelt abgerichtet, hat man Bude und Postern abgerichtet. Da sind wir nachher abgerichtet, dann haben wir nach Notdessen geguckt, für das sind die auch gebrieft gehen, was alles müssen machen. Wir haben ihnen ein bisschen erklärt, wo sie müssen verdienen, wo sie sollen verdienen. Und da sind wir aufgerichtet, um den Ball einmal dort zu richten. Und das war eigentlich der letzte Step. Wir warten mal bis die Marathon-Rivers, und da haben wir alles auf. Wir wollten dieses Jahr ein Spezielles machen als Sponsoring an Dummreiske durch, dass wir etwas machen, was ein bisschen rausgesteckt und ein bisschen anders aus. Der Tisch hat ja, da Petrus war, am Anfang bis zu Lohnen nie etwas. Was schreit das? Weil das ist aber ein hartes Streck für die Läufer, die bei Kilometern drastisch ungefähr sind. Und nun ist es gedurcht, dass wir mit der Kooperation des Wilds, mit den Lampionen etwas zu tun machen. Wir probieren einfach die verschiedenen Äcker, die hier ganz speziell sind. Vieles hat Bäm, die Party hier lebt, alles irgendwie. Das Leute hat man eigentlich gesehen, die schon hier waren oder die noch nicht hier waren, die sagen, okay, hier haben wir immens viel Platz in der Stadt. Und ich denke, das ist ein super Moment, das ist für alle Zeitdrehen, die werden nichts mehr passieren. Also als Eventmanager ist es natürlich nicht schlecht, da sind immer überall dabei. Geseit ihnen immer, was wird aufgericht, gehört geseit ihnen ein Resultat. Und da sind natürlich bei den Leuten dabei und das macht einfach Frieden im ganzen Beruf. Mir schmeckend lohnt es sich natürlich, da muss ich doch immer Spaß zu schaffen, ein bisschen mehr Zeit und Energie dran zu stüchen. Bis zum nächsten Mal.